Hallo, das waren Kobelius 2019 beim Rockhards. Leider haben wir gar nicht richtig spielen können, aber darum ging es auch nicht. Es ging um die Autogramme. Wir können gehen. ProCard, mein Lieblingsfestival und es war ein sehr schöner Auftritt. Das gibt es doch jetzt nicht. Wir müssen wegen Cradle of Filth jetzt warten. Das ist ja unglaublich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. V.D.V. Von Doppelschlag. Das wäre mehr mein Name. Ich freue mich sehr, und dann gehe ich jetzt rein aufs dritte oder vierte Mal zurück. Kammerarchiv. Ab dem 6.9.